Jo yeah und willkommen zu einem ganz kurzen Video. Ich möchte euch nämlich zeigen, wie ihr Destiny bis zum 18.11. kostenlos bekommt. Destiny 2 wird von Blizzard kostenlos herausgegeben und ja, ich wollte mal die Gelegenheit nutzen und euch die Chance geben, falls ihr das Game spielen wollt und es nicht kaufen wolltet. Und dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, es kostenlos zu bekommen. Ihr geht auf diese Seite hier. Der Link wird auch in der Beschreibung sein. Ihr loggt euch dann auf der Website ein und geht einfach auf Geschenk beanspruchen. Dann kommt diese Seite hier. Wenn man eingeloggt ist, man muss eingeloggt sein. Okay. Und dann geht man einfach auf Einlösen. Und ähm, wenn war dann Battle.net So. Und um das Ganze dann einzulösen oder auch zu nutzen, müsst ihr die Battle.net App haben. Einfach runterladen. So. Und um das Ganze dann einzulösen. So. Dann ist es installiert. Dann kann ich mich ja mal einloggen. Ist natürlich jetzt ausgeblendet. So. Bedeut. So. Bedeut. So. Bedeut. So. Bedeut. So. Bedeut. So. Bedeut. Okay, also Dann haben wir hier Destiny 2 Und das kann dann einfach direkt installiert werden Und ja Ihr könnt mich gerne adden Wir können das vielleicht gerne zusammenspielen Andere Spiele hier Ich weiß nicht Wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt Das ist mega nice, dann naja Mal schauen, okay Ich hoffe ich konnte euch helfen Viel Spaß damit Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part Ciao